Egal ob Motorrad, Auto oder Anhänger, bei Kfz Marko Mandlich sind diese allesamt in professionellen Händen. Der Neudörfler Familienbetrieb kümmert sich markenunabhängig um die unterschiedlichsten Reparaturen und Instandhaltungen. Zu den Leistungen des top geschulten Teams zählen unter anderem § 57a Überprüfungen und Klimaanlagenservice. Zudem gehören Scheibentausch und Reifenwechsel sowie deren Einlagerung zu den vielseitigen Aufgaben. Bestens geschützt und sicher am Firmengelände verwahrt, dürfen hier auch gerne Motorräder überwintern. Und wenn Ihr Auto verschmutzt ist, wird es von den Mitarbeitern fachkundig gereinigt und gepflegt. Bei kürzeren Reparaturen können Sie im integrierten Café Platz nehmen, wo es sogar gratis WLAN gibt. Übrigens, im Zuge einer großen Inspektion bietet Kfz Marko Mandlich auch eine kostenlose Mobilitätsgarantie. Kfz Marko Mandlich auch eine kostenlose Mobilitätsgarantie. Vielen Dank.